Bad Gäusern am Hallstädter See Bad Gäusern am Hallstädter See ist ein Kurort, Jotschwefelquelle, und Luftkurort in Oberösterreich in der Region Dachstein-Salzkammergut. Hintergrund Im 13. Jahrhundert wurde der Ort unter der Bezeichnung Gebisshahn das erste Mal ordentlich erwähnt. Im Laufe der Zeit gab es viele Wandlungen des Ortsnamen von Gebisshahn über Gäusern, Gesern bis Gäusern. Der Name Gäusern wurde erst 1670 verwendet. Durch die zufällige Entdeckung der Jotschwefelquelle bei tiefen Bohrungen auf der Suche nach Salz in den Jahren 1874 bis 1880 hatte die Erhebung zum Kurort und Luftkurort im Jahre 1931 zufolge. 1952 wurde der Ort zum Markt erhoben, seit 1955 führt die Marktgemeinde die Bezeichnung Bad vor dem Ortsnamen und die Erweitung auf Bad Gäusern am Hallstädter See war 2008. Bad Gäusern am Hallstädter See liegt zwischen 490 und 900 Meter über der Adria, die mittlere Siedlungshöhe ist zwischen 500 und 600 Meter über der Adria. Bad Gäusern unterteilt sich in 31 Ortschaften auf 112,47 Quadratkilometer. Wiesen, Wildpfad, Wurmstein Mit dem Flugzeug Bad Gäusern kann man über den Entfernung ca. 65 Kilometer oder den Entfernung ca. 120 Kilometer erreichen. Mit der Bahn Salzkammergutbahn, Strecke Adnang-Puchheim, Steinach-Irpning, Haltestellen in Bad Gäusern, Anbindung nach Gosau am Dachstein. Auf der Straße die Salzkammergutbundesstraße B145 führt direkt durch Bad Gäusern, es bieten sich also für die Anreise folgende Strecken an. 1. Autobahn A1 aus Wien über Linz, vor Alpenkreuz, Abfahrt Regau auf die B145 und über Gmunden und Bad Eschel. 2. Autobahn A1 aus München über Salzburg, Abfahrt Hallgau und über die B158 Hof bei Salzburg, Fusche-See, Wolfgangsee, über die B145 Bad Eschel. 3. A9 aus Graz nach Lietzen über die B145 Bad Mitterndorf und Bad Aussee. Mobilität die B145 führt durch Bad Gäusern, kommend von Bad Eschel Richtung Bad Aussee. Abzweigend davon führt die B166 weiter Richtung Gosau am Dachstein. Rund um Bad Gäusern gibt es ein sehr gutes Bus- und Bahnnetz. Die Postbuslinie 952 sowie 542 hat mehrere Haltestellen in Bad Gäusern, ebenso die österreichische Bundesbahn. Die Ortsteile Untersee, Obersee und Steg liegen direkt am Hallstädter See und haben jeweils eine Schifffahrtsanlegestelle. Sehenswürdigkeiten Das alte Anwesen war früher ein angesehener Wirtschaftsbetrieb und es befanden sich nicht weniger als fünf Objekte in diesem Gebäude, Wohnhaus mit Müllnei und Schwarzbäckerei, Stallstadel, Sackblochstadt mit Gipsstampfe und Badstube. Somit wurden auch fünf verschiedene Gewerbe ausgeübt, Landwirtschaft, Müllerei, Seegerei, Schwarzbäckerei und Gipsaufbereitung. Heute steht das Freilichtmuseum in den Sommermonaten zur Besichtigung offen, es wird aber auch noch das wohlschmeckende Anzenau-Mühlner-Brot gebacken. Die Entdeckung des Senfes, Schausenfieri Die ist eine alte Holztriftanlage im Weißen Bachtal, die bis 2005 noch zu Schauzwecken geschlagen wurde. Die Klause ist ein kulturgeschichtliches Denkmal aus dem Jahr 1819, sie wurde genutzt um Holzstämme trauenwärts zu schwemmen. Die Klause selbst ist nach wie vor zu besichtigen. Das ist in den Sommermonaten geöffnet und zeigt Interessantes aus der Geschichte des Gäus-Era-Deals, vom Schützenwesen, Handwerk über die Volkskultur. 1981 wurde das Heimatmuseum im Auszugshaus der Gäus-Era-Mühle eröffnet und 1992 wurde es durch das Landler-Museum erweitert. Das Mühlner-Wäldchen gibt einen Einblick in die schwere und gefährliche Arbeit der Holzknechte. Im Weißen Bachtal wurde die Dürrenholzstube abgetragen und 1976 nach dem Wiederaufbau dann als Museum eröffnet. Neue Kunst im Alten Haus, der zeitgenössischer Künstler Hans Reisenauer stellt im Haus Gäusern Nummer zwei seine eigenwilligen Objekte aus. In der Kirchengasse Katholische Kirche Ewige Wand in der Ortschaft Posern Kalmberg-Indiana, eine Gebirgsinformation Glücksplatz Gäuserer Seeplatze Toleranz weg Ewige Wand in der Ortschaft Posern Kalmberg-Indiana, eine Gebirgsinformation Glücksplatz Gäuserer Seeplatze Toleranz weg Toleranz weg Toleranz weg Aktivitäten Bad Gäusern bietet eine Reihe von Freizeitaktivitäten an, im Sommer, wandern Mountainbiken, Gravelbiken, E-Biken und Radfahrenbogen Schießen Outdoor, Klettern, Canyoning, Rifting, etc. Der Salzkammergut Radweg R2 geht durch Bad Gäusern Halsstädter See Im Winter, langlaufen, rodeln, Schneeschuhwandern, Skitouren gehen, Winterwandern Einkaufen Die Marktgemeinde verfügt über eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten an der Bundesstraße, Eurospar, Billa, Pennymarkt, Hofer, Bipper sowie im Ortszentrum ein Unimarkt Des Weiteren befinden sich Geschäfte für Wolle, Sportartikel, Schuhe, Fleischwaren, Schmuck, etc. entlang der oberen und unteren Marktstraße Küche in den Restaurants wird bodenständige Hausmannskost sowie regionale bis internationale Küche angeboten Eine besondere Spezialität aus dem Gäusera-Tal sind die sogenannten Holzknechtnocken Nachtleben im Ortszentrum von Bad Gäusern am Halsstädter See gibt es Cafés, Beiseln und Bars In den Sommermonaten sind vor allem Zeltfeste ein beliebter Treffpunkt Im Winter werden die urigen Hütten bei einer Rodelparie oder Skitour zum Einkehren genutzt Veranstaltungen Unterkunft Bad Gäusern hat durchschnittlich 120 Beherbergungsbetriebe in den verschiedensten Kategorien Hotel, Pension, Gasthof, Privatzimmer, Ferienwohnung, Jugendherberge, Gästehäuser Eine Übersicht aller Unterkünfte findest du auf der Website der Ferienregion Dachstein-Salzkammergut Eine Übersicht aller Unterkünfte findest du auf der Website der Ferienregion Dachstein-Salzkammergut Eine Übersicht aller Unterkünfte findest du auf der Website der Ferienregion Dachstein-Salzkammergut Gesundheit in Bad Gäusern gibt es praktische Ärzte und Fachärzte, das nächste Krankenhaus befindet sich in Bad Eschel, 10 Kilometer entfernt Praktische Hinweise Im Tourismusbüro ist kostenloses WLAN verfügbar. Dort erhält man auch Zug- und Bustickets der ÖBB sowie Tickets für regionale und nationale Veranstaltungen über Öltickets Ausflüge Kaiserstadt Bad Eschel, Kaiser Villa, Leher Villa, KUK Konditorei Zauner, UNESCO-Weltabberort Hallstatt, Salzwelten-Salzbergwerk Hallstatt, Museum Hallstatt, Beinjaus, Archäologische Ausgrabungen, Gosau am Dachstein, Löckernmoos, Zwieselalm, Gosau-Kambahn, Obertrauen am Fuße des Krippensteins, Dachsteinhöhlen, Eishöhle, Mammuthöhle, Fünf-Fingers-Aussichtsplattform, Wolfgangsee, St. Wolfgang, St. Gelben, Strobel, Altausseersee, Bad Aussee, Altaussee, Grundelsee ÇO까 Knot geworden sind die Korkンチerstdeins, Millionen Eurozales, M лайwer ZUP-Konunierer, Fabian Sie, K crimsiker, Sak